Einige Aufnahmen des mittlerweile seit geraumer Zeit geschlossenen Kreierhofes in der Wattenscheider Straße in Essen-Krei. Hier sind wir mit unserer Kreier-Krägl-Truppe regelmäßig zu kegeln gewesen. Seit geraumer Zeit und der Gastwirt hat die Gastronomie jetzt endgültig aufgegeben aus gesundheitlichen Gründen. Und es bleibt abzuwarten, was in Zukunft hier geschehen wird, ob es überhaupt nochmal dazu kommt, dass Gastronomie hier sich einfinden wird. Und so verschwindet eine Gaststätte, ein Restaurant nach dem anderen in Kreier und Umgego. Manchmal für immer.